Weißt du, da fahr ich so ein bisschen mit diesem Dödel hier und Leute schreiben mir Ist das nicht verboten in Deutschland? Versteht mich nicht falsch. Dieses Teil hat mehr Power als drei Xiaomi-Scooter oder fast so viel Wumms wie diese Gurke hier. Also ja, ist in Deutschland verboten. Gebt ein 3000 Euro Bußgeld fürs Fahren ohne Pflichtversicherung und 50 Euro fürs Fahren ohne Betriebserlaubnis. Autsch. Vielleicht noch ein Propel ins Gesicht von der Soko Spaßbremse. Und jetzt ratet mal, was günstiger ist. Dieser ganze Schemann! Oder vielleicht gar nicht erst in Deutschland fahren, sondern in einem Land, welches die Dinge einigermaßen zu tolerieren weiß.